Willkommen zurück zu Rayman Legends. Ja, wir gehen mal in die zweite Welt, schauen was wir hier noch so alles haben. Ich glaube wir haben jemanden frei zu spielen. Ja, Rete Aurora. Witzig, wieder dasselbe 600 Meter unter Tage, ok. Extra Leben? Kein Extra Leben? Na gut. Ja, ich weiss, wie man gleitet, danke. Gut, wir müssen wieder jemanden retten, diesmal kein Musik Level. Ja, Castle Rock war ja episch, finde ich zumindest. Ja gut, man muss ja nicht immer alle Lums haben. Gibt's hier viele Kleinlinge? Drei. Drei. Damit kann ich leben. Ich nehm's locker. Will nix verpassen. Wo? Ach komm schon. Hä? Ja, Folter. Achso, ich könnte hier... Weiss ich's. Hallo, ich will den Kleinlinge. Ach komm, Level neu starten. Ja, neu starten. Upsla. So schnell kann's gehen. Gut, es geht also auch so. Oder auch nicht. Da sind gleich die Reben wieder. Das meiste. So geht's. So geht's. So geht's. So geht's. So geht's. Ich will den Kleinlinge. Ich will den Kleinlinge. Du blöde Sau. Na warte. Ne, ne, ne. Diesmal nicht. Diesmal nur Sequenz. Ich will den Kleinlinge. Ich will den Kleinlinge. Oh komm schon, seid doch nicht so. Oh Mann, das fängt ja wieder gut an. Oh Mann, das fängt ja wieder gut an. Wups, wups, wup-wup-wup-wup-wup-wup-wup-wup. Oh ja. Klappt doch. Okay, wups. 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 Ich, ja, hättet ihr lieber Mario Wii, also New Super Mario Bros Wii? Ja, keine Sorgen, ich, na toll, es wird danach noch Let's Played. New Super Mario Bros Wii kommt auch noch dran, versprochen. Aber zuerst will ich hier dieses wirklich tolle Spiel zu Ende machen. Ganz klar. Und BÄM, alle befreit. Und das heißt, Aurora ist freigeschaltet. Beschleunigen, yes, gut. Wager, im Dienste von Frankreich. Bäm, 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 bäm. Wenn man so sagen will. Und wen gibt's? Noch eine Kopie von Barbara. Ja, na ja. Ich mach mal so weiter. Wenn ihr wollt, dass ich einen anderen Charakter nehme, schreibt es in die Kommis. Ja, hier könnte man wechseln. Ich nehm nochmal einen Kleinling. Den... Ah, was? Hey, Kleinbox. Na gut. Aber ich will den, Kleinling, Rayman. Oder war's der andere, der Zauberer? Einer von den. Große Minimus. Na, dann nehm ich doch mal den. Was kann der so? Ach, ich wollte doch gar nicht wechseln. Ich will den... Ja. Das kann der so... Aufladen und... Bäh. Gut. Hoffe, das bringt was. Gibt nur eine Art, das herauszufinden. Gut. Na dann. Was gibt's hier Schönes? Schloss in den Wolken. Dann los. Ja, das extra Leben. Ich wollte doch das extra Leben. Mann. Hier ist doch sicher irgendwo was. Oder auch nicht. Oder erst nach oben. Mal schauen. Sicher überall wieder Kleinlinge versteckt. Ich schau mir mal alles an. Ich schau mir wieder mal... Und da oben ist schon der erste, den ich gesehen hab. Bam, 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 bam. Du wartest schön. Gut. Von mir aus. Und den Kleinlinge. Ja, wir freuen. Wer, wievielte bist du? Der erste. Gut, das gefällt mir. Gefällt mir. Gut. Weiter geht's. Was gibt's hier so? Ah, da ist auch noch einer. Ja, ja. Der wievielte bist du? Der... Zweite. Ah, das läuft. Das läuft doch hier. Ich nehme an, die sind schon in der Reihenfolge. Ansonsten würde ich's... Ja, nicht näpp finden. Gut, hier wird nichts sein. Oh, nehmen Sie, die will ich, die will ich. Ja, toll. Münze, hello. Oh, komm schon. Also, eben nicht. Doch, ich will sie, ich will sie. Oh, man, schmeier. Ja, im Moment, also ich will ihn mich ja überhaupt nicht beschweren, aber im Moment, Rayman Legend, Zeit der Aufnahme, hat kaum Klicks. Wollt ihr, hättet ihr lieber eine New Super Mario Bros Wiki gehabt? Also, wie gesagt, New Super Mario Preis, New Super Mario Wii U, nee, nochmal. New Super Mario Wii, kommt auch noch als Let's Play. Keine Sorge, das kommt auch noch. So, ja, Verbindung getrennt, habe ich gar nicht verbunden. Hello. Hello, friendo. Wie gesagt, wenn ich sage, es hat kaum Klicks, das meine ich überhaupt nicht, das Kritik an euch im Gegenteil ist nur eine Feststellung. Denn wenn ihr sagen würdet, ja, mach mal bei Rayman das, und die ist gut, wenn ich jetzt den Park mit Castle Rock, der ist ja episch, und, ja, was haltet ihr von dem, falls ihr den schon gesehen habt? Wie gesagt, Zeit der Aufnahme hat es noch wenig Klicks gehabt, aber vielleicht war es auch nur ein schöner Tag. Wie gesagt, bitte nehmt es mich nicht übel, wenn ich das jetzt gesagt habe, es war nicht im Bösen gemeint. Überhaupt nicht, war nur eine Feststellung. Denn wenn ihr sagt, ja, ich soll mal so und so Let's Playen, die und diese Spiele, ich nehm euch ja beim Wort. Und Rayman Legends wurde ja auch gewünscht. Ja, ja, mach das ja nicht wegen meinem Ego, ich bin ja nicht der Wendler. Ne, 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 bin ich nicht, wirklich nicht. Das, ne, das nicht. Gut, wo geht's, Mann, die sind hier alle besoffen, und was ist hier los? Eh, ich will da hoch, ich will da hoch, ich will da hoch. Weiter geht's nicht, gut. Meine Twesche, meine Twesche. Ist ja gut. Bäm. Da oben geht's doch hoch, da riech ich doch was. Da ist doch was. Nehmlich, nehmlich. Ach, komm schon. Bäm. Hä? Da ist doch was. Da ist doch was. Was hab ich im Gefühl? Hehehe. Ja, die Münze hol ich jetzt halt noch einmal. Boah. Ne, ne, nur Spass, nur Spass. Ach, Spass wurde ernst. Ne, ne. Hehehe. Da oben will ich hin, da ist doch was, da ist doch was. Da ist doch irgendwas versteckt. Der Nischt. Hä? Doch, hab ich's doch gewusst. Meine Nase betrügt mich nie. Hä? Hä? Hab ich jetzt da was verpasst? Oh, komm schon. Kleinling, ist der ihm noch empfangen? Ja, ist ihm. Aber dann schau ich mal, ob hier noch was war. Also wirklich, ich find das komisch. Ich war doch nix. Den, den hab ich befreit. Ach. Hä? Hat das den vorher nicht befreit? Ich hab den den Gegner doch gepasht. Naja, was soll's. Ist der jetzt befreit? Was will man? Mehr. Ich will mehr. Krieg's ja aber nicht. Ach so, geht's schneller. Ja, wissen ist die halbe Miete. Und die ganze bin ich. Halt die Fresse. Ja, ist irgendwie noch praktisch. Aber wie gesagt, natürlich dreidimensional. Wenn man nicht weiß, wo man überall langen sollte. Mann, jetzt siehst du das wieder. Oh, komm schon. Mit mal Zeit für einen anderen Abschnitt. Mach ich das eben auf Turbo. Tom Turbo, der Detektiv. Wer kennt's? Oh. So, 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 so. Yes. Ja, hu, beim zehnten Mal noch hu, ihr habt einander Klatsch. He, he, he. Oh, Mensch, meine. Bam. Bam, lass den Kleidling nun in Ruhe. Kleiner Minimus, der WSG fragt. He, was soll das? Ja, ich mach mich hier zum Noob. Mann, ich hab verschwitzte Hände. Das liegt vielleicht auch daran. Keine Ausrede. Doch, ist ne kleine Ausrede, aber auch ne Tatsache. Mann, ich geh hier voll auf. Ich geh hier voll auf. Okay, okay, okay. Da hoch, da hoch, da hoch, da hoch, da hoch. So, wer. Wo, 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 wo. Halt die Krabbe. Hey, du sollst. Dein. Wo, 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 wo. Nach oben, nach oben, nach oben. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ist da oben was? Ja, hab ich doch gespürt. Okay. Okay. Ich warte ein bisschen. Kann ich nach oben wäschen? Hey. Pass doch auf. Du Schweine. Na, nee. Psst. Mann, kommt da mal jemand? So ein Kleinling vielleicht, oder so, ja. Weiß er nicht. Wo ist denn der gelandet? Ja, da unten. Da unten. Da unten nützt du mir nix. Komm schon, komm schon. Yes. Wie freut. Es ist der König, der Könige. Aber mir fehlt die Königin. Wo ist denn die? Wo ist denn die? Komm, komm, komm. Yes. War das die Königin? Nö. Ja, wir haben wenigstens schon fast alle. Ist ja auch was Schönes. Wo geht's da lang? Und nach unten? Nach unten? Nö, da geht's nirgendwo lang. Dann nehmen wir wieder nach oben und... BAM! Pua! Ist schon Quelle. Da oben ist auch was. Das spüre ich doch. Das spüre ich. Nix. Hä? Nix. 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 Gar nix. Woa, 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 woa. Ja, ja, ja. Oh, 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 nee, 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 nee. Ich will noch wissen, was hier so los ist. Pau die people. Na gut. Ich bin nicht. Aber irgendwie... Ja, toll. Ist ja gut. Hey, da oben war was. Da oben war doch was. Warte, war das nur für die Liane? Ah, nee, Liane. Ah, Mann. Nö, nö, nö. Doch nix für mich. Ah. Ey. Ey. Schweinerei. Haha. Ja, zur Abwechslung nach Zelda und Shadow of the Colossus war richtig schön, so ein schön gemütliches Jump'n't War. Also gemütlich, ja. Für mich ist es gemütlich. Na, komm schon her. Willst du nicht gerettet werden? Bäm. Schön. Aber einer fehlt. Der König. Ja, und wieder von vorne. Also jetzt lassen wir die Rücksetzpunkte. Rücksetzpunkte. Sind wirklich blöde gesetzt. Ohne zu übertreiben. Na, luftig unter dem Kittel. He, 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 he. Oh, genau. Waaah. Ich vergesse immer das Drücken. Okay. Schrabadadam. Du sollst herkommen. Und dich befreien lassen. Dann geht's auch nach oben. Geht's auch nach oben. Ja, 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 oh. Hä? Halt, da fehlen da so viel. Hallo, denn noch mehr? Oh, komm schon. Also ich nicht kann vom Anfang vom Level. Oh, ich kann hier warten. Oder? Theoretisch. Hey. Nee. Bringt nicht viel. Wow, 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 wow. Ja gut, schwer ist es ja nicht. Komm, 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 komm. 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 Here. Come to Papa. Yes. Gut, die Sanden macht was. Nee, da nicht. Aber da auch nicht. Wow, wow. Wow, wow. Blöde Sau. Wow, du blöde Sau. Ja, wir haben noch nicht alles entdeckt. Mach ich dann offscreen. Aber zuerst wird der Level beendet. Moment, wann ist da unten noch was? Nee, da ist nichts. Was? Lasst dich doch befreien. So ist es schön. Wow! Blöde Sau! Du kannst ja nicht normal fallen wie... Ja, nicht normale Leute. Schüppschüppschüpp. Ja, diesmal klappt's. Oh, komm! Johnny, seid doch solche Trottel! Geh, 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 geh! Oh, Mensch! Geht doch. Geht doch. Entschuldigung. So, 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 so. Kein Kleining mehr? Zwei Fehl. Zwei Fehl. Aber erst wird der Level B endet. Schrabbididum, schrabbididum. Na gut. Na, gibt's was? Auf die Glocken, auf die Matten. Schrabbidum! Und? Was gibt's? Wir haben die 100er Mark erreicht. Toll! Okay. Gut, ich such noch die übrigen zwei Kleinlinge. Offscreen, wir sehen uns gleich wieder. Ja, wenn man taub ist, auf beiden Augen, passiert sowas. Wo ist der Erste? Wo ist die Königin? Da rechts? Wie konnte ich das nur übersehen? Da schäm ich mich richtig für. Ja. Ah, genau. Und, 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 und. Und, und, und. Und, auf geht's zum letzten. Hä? Und so. Ah, wir haben schon alle? Ach so. Na dann. Wir sehen uns gleich wieder auf der Levelkarte. Gut, wir sind zurück. Und hier war dann noch ein Gegner. Und hier haben wir noch einen Helden. Rette Estelia. Was ist denn da los? Ach, wir haben wieder was? Jetzt mit ihm. Wo sind wir eigentlich? Ah, wir sind viel, viel weiter vorne. Ne, ich geh zurück. Wir behalten für diesen Part noch den Kleidling, den Maximus Minimus. Und, machen doch noch das Level. Das letzte Level für diesen Part. Oder nehme ich? Ne, ich nehme, wenn wir schon hier mal Aurora haben, nehme ich Aurora. Komm schon. Ja. Vorbei. Vorbei. So. Was kann die? Genau das andere. Ja. Gies genau gleich. Fast. Fast, aber fast. Fast, aber eigentlich genau gleich. Gut. Dann zum nächsten. Im Rausch der Höhe. Okay. Ja, es könnte wieder so ein Höhenspiel werden. Ich will die Energie. Sauber. Gut. Wie viele Kleinlinge. Alle wieder. Und der Erste ist schon da. Sehr schön. So macht's Freude. Lums. Lums. Lumsitastisch. Ach, Murphy ist ja da. So. Und so. Geht's nach. Ist da was? Da ist doch was. Ne? Okay. Wenn ihr nicht wollt. Oh man, es ist wie so ein Spiel. Mann, ich dachte es wäre ein Jumpen. Woanders ist es ein Jumpen, Klettern und Fliegen. Na ja. Ist ja auch nicht schlimm. Da, da, da war was. Da war was. Ja, sowieso. Da ist was. Da ist doch was. Ja, ha. Die Königin. Die Königin. Die Königin. Die Königin. Ne, der König. Hä? Oder der König. Die Königin. Sie ist noch nicht von hier aus. Ja, ist ja gut. Bäm, 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 bäm und bäm und bäm. Geht doch. Die Königin. Wenn ich mich nicht hier. Ja. Gut. Die Königin. Haben wir schon mal. Gut. Zwei mal nacheinander. Die Königin. Ziemlich. Am Anfang des Levels. Es scheint Mode zu sein. Gut. Ich habe ja nichts dagegen. Im Gegenteil. Bäm, bäm, bäm. Oh, der ist schon wieder. Was will denn der? Hat er immer noch nicht genug. Der nervt langsam. Mit seinem Vehikel. Gut. Aber ich will. Da erst schauen. Was da oben ist. Da ist nämlich was da oben. Komm ich ja nur hoch. Moment. Hier. Und hier. Ne. Aber hier. Auch nicht. Mann, wie komm ich da hoch? Ich habe ihn jetzt. Wer ist denn Murphy da weg? Komm Murphy. Wir haben ihn hier zu tun. Ja. Und. Ja. Kann ich da nicht hoch? Irgendwie bin ich da hoch. Aber wie? Wie? Oh Mensch. Wie komm ich denn da hoch? Wie komm ich da hoch? Wie komm ich da hoch? Wie komm ich nur da hoch? Ist das zu schneiden? Nö. Ach, ich glaube ich weiß wie. Jump. Nee auch nicht. Mann. Das nervt mich jetzt. Wie geht denn das? Ah. Das ist doch. Zum Mäuse. Oder kann ich da hochklettern? Nö. Auch nicht. Wie soll das gehen? Aber je nach nicht alles. Gut. Mensch. Meie. Wie komm ich nur da hoch? Von hier aus? Nee. Nee. Auch nicht. Wie komm ich denn da hoch? Gut. Ich mach auf Kamikaze. Hat nichts gebracht. Wie komm ich da hoch? Ich kann so viel klettern wie ich will. Auf der Gegend da rauf nützt auch nix. Ich bin da hoch. Aber wie? Das nützt alles nix. So hoch hoch auch nicht. Mann. Das nützt nix. Nützt alles nix. Mann. Ach komm mit dem zuerst wegbäschen. Da hoch will ich. Da hoch will ich. Aber wie komm ich da hoch? Wie komm ich da hoch? Die Wand bespringen geht nicht. Oder hier so. Ach. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Bäm. Ja. Ich wusste doch. Irgendwie geht's. Ich wusste es hat was mit Anlauf zu tun. Mit Hörspringen da. Aber wie? Ja. Okay. Okay. Das heißt Murphy. Geleite uns. Ja. War ja nicht so schwer. Weg da. Gut. Wir sind voll. Gut. In der Zeit. In den. In den. Dumms. In den. In den. In den. Kleidlingen. Heh. Wie soll ich das jetzt sagen. Das es gut klingt. Wir sind voll gut. In. In. Kleidlinge. Befreien. Und da ist auch schon der Nächste. Bebebe. Ach komm schon. Murphy tut eine Pflicht. Geht doch. Geht doch. Geht doch. Oben. Murphy. Jaha. Bäh. Wie viele sind es jetzt schon? Die erste Hälfte. Also etwas mehr. Gut. Gefällt mir. Gefällt mir. Okay. Langsam und stetig kommt man zum Ziel. Bäh. Bäh. He. Was das? Dafür hol ich mich noch den Lops. Bäh. 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 Ja. Die Musik kennt man. Hier spiels aber keine Rolle. Ja. Bei der. Bei der Pflanze hab ich mal einmal den. Kleinen Fass nicht gefunden. Da ist ein Münze. Nicht gut versteckt und da ist ein ein kleiner. los blöde sau guter rücksitzpunkt ist hier noch was sonst da geht's weiter rüber doch nicht ganz sauber so geht's wo ist noch da ist noch ein kleinling das ist auch ein wenig auch komm schon sei doch nicht so so kleinlich musste ich nicht tun zu dem kleinen guter Kampf Münze ich bin zu schnell ich bin zu schnell gebe ich offen zu ich habe kein extra leben das ist hier Haken an der Sache ihr seid so deppern hier ihr blöden blauen geister ihr wollt doch du mein schlimmstes wo 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 und Sacramento schön gut 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 da 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 mhm da 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 mhm da 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 mhm ne quatsch Ist das schon der Letzte? Ach, der wird schon komplett? Na aber hallo! Gut! Das heißt auch, der Part ist leider schon voll. Ja, was gibt's? Was gibt's, was wir noch nicht hätten? Noch viel, aber ja, wir haben noch viel zu tun. Aha, genau! 110! Mehr sogar! Wow! 150! Na, welche Kopie ist es jetzt? Twila im nächsten Part. Leute für Leute, wir haben ein bisschen Überzeit gemacht. Macht nichts, macht nichts! Wenn's gefallen hat, Daumen hoch bei YouTube. Ganz wichtig zum Verbreiten des Videos. Bitte abonniert mich, Let's Play Ben. Herzlich Willkommen allen, die dazu gekommen sind. Es warten laufend neue Videos auf euch. Ja, danke für alles. Auch in Zukunft. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal, aber. Tschüss! Undltry-ünühypadosk